Oder war das gerade 3-1? Ja. Actually, it was 3-1. So. Nein, da nicht. Komm, gib Papi ein neues Paar Schuhe. Screw you! Oh, seriously. Warum mögen die Engländer kein BR? Ohne zu farmen. Schande, dass ich das machen muss, aber es ist necessary. Moment, ich muss mal kurz an meinem Eistee nippen. Ja, ist er. Nope, I don't want it. Fuck off. Komm schon, lass mich rein. Ah, fuck off, ich trinke erst mal. I love Eistee. Let me in, let me in, let me in. Come on. Fuckface. Oh. Muss nur beschimpft. Oh, why am I doing this? Seriously. Let me in, for fuck's sake. Screw you. Captain, DM, 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 TD, 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 TD. Too much TD. Or something. Captain Chaser. Kein einziger BR. Fuuuuh. So, mal einen Nachdruck hinterlassen und so. It's, it's, it's a BR, fuck off. Hab ich den nicht gerade angezogen? Screw you. Äh, nochmal. It's, it's BR. It's my dream. Yeah, exactly. 16.17 Uhr. Wir haben einen BR-Raum. Schön. Oh. Naja, es wird gleich hier gleich losgehen. Moment, please. Alright. So, ich geh jetzt meine Lieblingsbeschäftigung nach. Nach BR-Spielen, nämlich anderen Leuten in den Kopf gucken. Höh, hat nix im Kopf. Lol. So. Zweitbeste Beschäftigung. Ghoststep im Waiting Room. Am besten auf andere Köpfe springen, aber das würde ich gerne mal hinkriegen. Hey. So, so. Puh. Screw you. Bam. Och, Herrgott, nochmal, ey. Die wollen den Bug usen. Naja, ganz einfach. Die wollen, einer soll sich jetzt hier hinstellen, einer geht drauf und geht aus der Map raus. Aber das kannst du vergessen, das werde ich hier nicht machen. Mitten in die Mitte stellen. So. Fünf Sekunden, um das Match zu starten. Loll. Naja. Offensichtlich ist Bedrohung das beste Mittel zur, ja. Zur Weiterverbreitung seiner Idee. Die. 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 You killed the first place. Ja. Hatte zwei Punkte. Aber ich hab jetzt fünf Punkte. I love myself. What the. Ja, den krieg ich noch, den krieg ich noch. Bam. Den auch? Meiner. So. So. He's done for, I guess. Oh, der hatte die Chance, mich zu killen. Aber stattdessen werde ich ihn jetzt killen. Komm her. Hab dich. Woo. So. War ganz knapp, aber ja. I'm the winner again. Jetzt ist er sauer. Oh. Nini cool. Irgendwoher hab ich den Namen schon mal gehört, aber ich weiß nicht woher. Ah ne, es war Ninigerl. Okay. Aua. Ja, ich weiß, dass ich gekillt wurde. Captain Obvious. Der Invis-Typ macht mir übrigens keine Angst, weil ich ja so awesome bin und hab Detect. Komm her. Komm her. Ich weiß, dass du da bist, Mister. Meiner. Meiner. Und drittes Opfer. Komm. Komm. Come on. Niemand. Okay. Wow. Homing Riffle on the way. Schöne Entdeckung. Ich hab noch einen tot genommen. Woo. 19, 11. Okay. My next victim. Come on, dude. You're gonna get killed. Pwned. Pwned. Looks like a double kill for me. Oh, not really. Man. Ja, get used to it. Douchebag. I could just speak English the whole time, but I don't want to. So I just talk English instead. Triple kill. Wer hätte das gedacht? Wer hätte das gedacht? Wer hätte das gedacht? Die already. Die already. Man. So. Man, jetzt hör auf. Hm. All right, Big Cat. Man. Komm. Das ist der Flamer. Komm. Sterb. Gotcha. So. Mal gucken, was er jetzt sagt. Bam. Nächster. Ouch. Unexpectable. Seriously. Das war ein Ambush. 41, 15. Ja, wir sind ganz gut dran. Relativ gesehen. Meiner. Na, schade. Aber zumindest war der mir. Der Saske. Left the room. Auf PCs hüpfen ist cool. So. Detect for the loose. Okay, ich glaube, das Match ist schnell vorbei. Komm schon. Renn nicht von mir weg, du Noob. Meiner. Jetzt in Deckung gehen und nachladen. Puh. So. Ah, da haben wir doch schon Opfer. Ich glaube, äh, Noob Raum. Ich bin nicht awesome oder sowas, aber das sind einfach Noobs. Leider. Aber sagen wir Anfänger, weil wir wollen ja nicht feindselig sein. Die already. Aua. Oh mein Gott. Ich weiß jetzt nicht, ob man das Spam nennen kann, aber who cares. War taktisch, äh, nachvollziehbar. So. Das wäre nicht der Erste, der sich Psycho nennt, deswegen sterb. Hey. Wer war das? Psycho. Äh, Superhydros. Der war es nicht. Superhydros. Wo ist Superhydros? Da ist Superhydros. Du hast mir den Kill geklaut. Sterb. Puh. Oh, ich hasse es, auf dem deutschen Server zu spielen. Einmal die Noobs, äh, Anfänger. My bad. Zweitens das Geflame und drittens diese unglaubliche Anfallslosigkeit. Wenn man mal bedenkt, dass jemand, ja, schaut es euch selber an und bildet euch eine Meinung. Zwei Kills. so, weil der genervt hat. Passt auf. Dieser ist mein letztes Opfer. Ich brauche 70 Punkte, um das Match zu beenden. Machen wir einen guten Jump-Cancel hinterher und, äh, Match dann. Pretty fast round, but who cares? I'm awesome. Und ein Rank. 5000 Pen für uns. Wir haben ein neues Accessory und sonst nix. Ja. What a surprise. Scheiß. So. Ja Gott, nochmal, ey. Das ist für die weiblichen, aber ich habe noch keinen zweiten Char, deswegen, ja gut. Moment, Weapon. Ich kann gar nicht glauben, dass ich das jetzt gerade tue, aber Schluck. Du schaffst das. Du schaffst das. Erst noch den letzten Skill. Autsch. Das tut so im Herzen weh. Ja, ihr habt es richtig gesehen. Ich werde die nächsten zwei Matches OS machen, aber nur,